Rundmann, bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Endstation, bitte alle ausschleiden. Chairman, all change please. Endstation, 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 all change please. auch mal raus im kurzen ja leute wir sind jetzt drei auch mal draußen richtung für die richtung flüssen west der andere drei noch nicht in die freiheit ja machen wir mal um ein video ja weil steht auch oberlinie wo drei denke ich nach frist west eine roh 3 nach münchen freiheit denke ich ja okay das schon andere u bahn euch noch abgestaltete u bahn so kurz was kann man die auch ankuppeln anscheinend bei der u bahn jetzt mal raus denke ich mal ja man gut also diese mvg zug a da kommt er wieder raus hat ein wagen angekuppelt auch so was er braucht nur zwei wagons so der bräuchte nun bis zwei waggon ach so deswegen ist doch der mvg auch immer da warum braucht er mal eigentlich zwei rum nicht mehr werde auch nicht schlecht ach ja ja verankern für der u bahn das war schnell ich war scheinbar geschwindigkeit test so testfahrt auch mal richtung werkstatt oder so ähnliches auch mal richtung werkstatt oder so ähnliches doch es ist komisch und ja das ist so aber ihr ihr ich bin mal die U-Bahn ich bin mal die normale U-Bahn mal die normale U-Bahn 1,5m 10,5m 7,5m 13,5m 16,6m Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.